Hallöchen liebe Leute herzlichen Willkommen zurück zu Layers of Vier jetzt in einen Raum wie immer nur der haus nicht irgendwie weggegangen dann wird das immer crazier haben wir irgendwie so komische platzartige Sachen schon hier Barboards, 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 Blüster, Heimschlag, Geheimschlag, Sehst du hat sich schon ausgezahlt dass man ziemlich jeden Kasten hier aufmacht Huh Hey there princess What? Oh This is daddy's medicine Whenever daddy's hurting This helps the hurt go away No! Don't touch that! Oh god I'm so Wait I'm sorry I'm sorry Yeah pappers medizin in gedeckt ist runtergerissen worden es der verantwortliche vielleicht hola die waldfee ich hab's einfach machen müssen ganz einfach jetzt sind wir hier noch aber jetzt war gott wieder die monen pp Okay. Okay. Bautechnik Den hat Weißkopf Oh, das ist nicht gewohnt Das war angelehnt Den ratet Puttelkler während der Tügel Okidoki Hier passiert immer alles, wenn ich wegschau Gelde Die Die Das keine Laute ganz ab Aufzug Er hat's allerliebste Aufzug Nach oben mit uns Wo bringt er uns jetzt hin, der Liga? Ich im vergangenen Leben Wo es Finsternis gibt und kein Licht Danke Hey Spiel nicht mit mir Mein Gott, da kommt wer Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Du bist mit dem Aufzug Der ist drauf Ich geh jetzt in einen Mega Aufzug Der ein Der ist Der 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 das ist schlecht spitzig was natürlich mal aufzug in dem raum wohin Was ist da drinnen? Aufmachen. Schön. Gut, dann, ah na, viel Spaß, Leute. Was ist denn? Hickory Dickory Dock, der Mausmann auf der Kalk. Der Kalk schraubt ein. Hickory Dickory Dock. Boomaddle. 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 Garten erholen sich. Hatten wir. Die Party war nice, bis zum nächsten Mal. Du weißt, selbst wenn du mein Rival und die Grunde von all meinen Tränen bist, bist du auch der einzige, der noch zu sprechen kann. Der einzige, der hört. Ich bin nicht sicher, ob es lustig ist oder nur pathetisch. Wahrscheinlich beide. Das ist schon in Ruhe. Macht was hier. Noch nicht. So, ich nehme den Wechsel. Ah, stand. Gut. Ähm. Wird ein bisschen ausgemalt. Maler. Amster B wieder. Neues. Neues. Ich bin nicht an der Decke. Ach, das Telefon. Das Buch klingelt. Da ist das Telefon. Das Buch klingelt. dann haben wir noch dann auch nicht schon mit allen telefoniert aber könnte ich noch mal aus wenn ich nicht etwas ich mache denn dann hand beidichtet manche gemälde spotten jeder beschreibung geschweige denn einer kritik ein grundwissen zum thema ist ein absolutes muss wenn man auch nur versucht babyface eines der gemälde diese kunstanomalie zieht zehntausende von bewunderern des durchschnittlichen sonntagskennern des abstrakten kann text sieht es aus wie ein resultat eines einwöchigen kunstmarathons bestritten von einem unausgeglichenen maler der in einem dunklen keller angeschlossen war und der furchtbaren ausführung einmal abgesehen übersteigt das gemälde in seiner abschalt kurz den ratter gefunden viele viele auszeichnungen hat der haufen irgendetwas einfach machen reifen laufen immer halt noch nicht raus noch nichts ja machen telefoniert haben wir eigentlich schon oder wir müssen noch mal eine eingebung ist mir gekommen rufen wir sind zu schnell schon wieder Auch gepasst. Nein. Oh. Ein Püppchen. Telefon. Verhofft nicht. Wow. Okay. Jetzt wird es richtig krass und arg. Gut. Ist er runter? Der Telefon da ist. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, es runterstürzt. Wahrscheinlich. Wasser. Was wählen. Raus ekelen. Komm, wir wieseln uns da jetzt raus. Gut. Äh. Eins. Äh. Und die neun. Auch nicht. Oh. Immerhin diese Träume, wo es nach unten so reißt. Zum Zug. Ah. Jetzt stehst du richtig. Jagst mich. Und die neun. Keine mit. da kenne ich ja noch gar nicht neues drin das gleiche richter an und aus oder wieder herausziehen trage was und dahin einen doch okay ja lampe wie das funkt an der tüge durch sagen an der tür und bergab das war nicht richtig Good job. Ja? Ja? Ach, tschüss. Vielleicht wenn ich da anrufe, sind die kaputt. Ey! Eng hier, ne? Ah, wir sind... Na komm! Telefon! Richtig Anruf. Das löst nichts. Das hat niemals. Das wird niemals. Das wird niemals. Am... Der... ... ... ... Er sagt, okay, kann dort an. Erlösung bitten. Ah, 3 und 4. Gut. Wenn wir dort noch an... ... 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 weitermachen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao! ... 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